Hi ihr Lieben und Willkommen zu einer besonderen Folge. Heute ist ein besonderer Tag und dieser besondere Tag erfordert, glaube ich, ein ganz besonderes Video. Und für dieses Video habe ich schon eine kleine Vorbereitung gemacht. Vielleicht kann der ein oder andere das schon erkennen. Aber ich zeige euch und zwar sind wir hier auf Feld 2 auf der Vierfachmarsch. Wunderbare Karte vom Feld. Und, da heute ein ganz besonderer Tag ist, kleine Startschwierigkeiten. Achtung, Achtung. Ich habe eigentlich schon eine kleine Vorbereitung gemacht. Der ein oder andere hat es ja schon gesehen. Und da wir heute einen ganz besonderen Tag haben, habe ich schon erwähnt. Ich und der Fett feiern heute unseren Hochzeitstag. Und zwar für sieben Jahre sind wir bereits verheiratet. Und da dachte ich, nehme ich ihn mal zum Anlass und mache ein anderes Video. Und ich hoffe, er freut sich. Ich dachte mir auch, wie kann ich das am besten sagen? Und da kam mir die Idee über den Landwirtschaftssimulator auf deiner Karte. Und da kam mir die Idee über den Karte. Mein Schatz, ich habe dich ganz doll lieb. Ich liebe dich über alles. Und da bin ich mir gleich. Und da haben wir uns heraus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles Gute zum Hochzeitstag!